Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin und ich möchte ein bisschen näher darauf eingehen, was Kommunikation mit unserem Schwingungsniveau, mit unserer Energie zu tun hat. Vielleicht kennst du ja diese Situationen, wo man völlig aneinander vorbei redet und häufig hat es auch damit zu tun, dass wir völlig unterschiedlicher Stimmung sind. Also gerade wenn wir sehr gut drauf sind und uns vielleicht mitteilen möchten oder etwas erzählen möchten, stoßen wir manchmal dann auf Mitmenschen, die gerade nicht so gut aufgelegt sind und uns komplett missverstehen. Es will einfach die Kommunikation nicht so richtig in Gang kommen. Da ist es sehr auffällig. Aber tatsächlich können wir auch wirklich nur gut kommunizieren, wenn wir uns ungefähr auf der ähnlichen Energiefrequenz aufhalten. Ja, wer mich kennt, weiß, ich liebe diese Grafik, wo uns die Emotionen, also die Emojis habe ich da aufgezeichnet, wo uns die ein bisschen zeigen, wo wir uns auch stimmungsmäßig oder schwingungsmäßig befinden. Also ich verwende diese Worte Stimmung und Schwingung gerne als Synonyme, denn ich denke, dass sie doch recht ähnlich sind. Ja, Tatsache ist, wenn jemand sehr weit unten auf dieser Stimmungsskala sich befindet, in seiner augenblicklichen Emotion und der andere relativ weit weg ist, dann ist es als ob die beiden völlig aneinander vorbei reden. Ja, also das muss uns einfach klar sein, dass wir nicht von jedem Menschen in jeder Lebenssituation zum Beispiel verlangen können, dass er uns versteht, dass das immer so gut klappt. Und die Frage ist natürlich auch die, wie damit umgehen, also was macht man damit? Mein Tipp ist auf jeden Fall der, selbst wenn man merkt, in guter Stimmung zu sein und die anderen sind es eher weniger, das kann im Business-Umfeld sein, in der Familie, was auch immer, zu versuchen die Führung zu übernehmen und die anderen ein bisschen hinaufhiefen auf das eigene Niveau. Ja, da wo ich mich gerade finde. Sehr häufig passiert es uns nämlich, dass wir, um mit den anderen in Verbindung zu kommen, in Kontakt zu kommen, unser Schwingungsniveau herabsenken. Dann sind wir auf einer Ebene, dann jammern und klagen wir vielleicht miteinander, erzählen vielleicht traurige Geschichten oder sonstiges, nur um miteinander gut zu kommunizieren. Und das soll eben nicht passieren. Also andere nicht damit überfordern, wenn man bessere Laune ist, sondern sie schön langsam, vielleicht durch eine nette Geschichte oder vielleicht durch zuhören, eine interessierte Frage, ein paar aufmunternde Worte, schön langsam auf das eigene höhere Niveau heraufhiefen. Ja, eine weitere Situation, die ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, ist das Kunden- oder Klientengespräch oder auch eine Präsentation. Also da, wo man selbst automatisch die Führungsrolle hat und man möchte einerseits den anderen abholen, da wo er mit seiner Stimmung ist und gleichzeitig möchte ihn hochhiefen zu einer besseren Laune. Ja, das kann sein, dass man im Ausblick gibt auf Hilfe oder auf Lösungen, die er sich sucht. Und die Frage ist, wie setze ich das jetzt um? Und dazu habe ich ein ganz einfaches Konzept und das nenne ich gern die Rampe. Ja, wenn du Esther Hicks kennst, dann weißt du, sie benutzt das Wort Rampe auch sehr gerne dafür, miteinander hochzukommen. Und ich habe es auch ein bisschen, ich würde nicht sagen übernommen, aber von den Informationen von Esther Hicks abgewandelt und ein kleines Kommunikationskonzept draus gemacht. Also, ich begegne zum Beispiel einem möglichen Klienten oder kann auch jemand in meiner Umgebung sein, dem es gerade nicht gut geht. Dann möchte ich zuerst recht spezifisch darüber reden, was genau ihm nicht gut tut oder was das Problem in seiner Situation ist. Ich verwende das übrigens auch bei Artikeln manchmal, dass ich zuerst konkret auf eine Problemstellung eingehe und die akzeptiere, sodass sich der andere angesprochen fühlt und sagt, jawohl, genau das meine ich, du hast mich gerade verstanden. Und dann gehe ich rhetorisch weiter und generalisiere das Problem. Generalisieren heißt so viel wie es ein bisschen gröber zeichnen, aber auch sagen, ja, dieses Problem haben ja mehrere Leute oder das kommt sehr häufig vor und ich beschreibe es nur mehr gröber. Und nehme ihn damit aus diesem Konkreten heraus und damit hat er auch die Gelegenheit, auf dieser Stimmungsskala schon ein wenig höher zu kommen. Und wenn ich ihn dann, ja, da redet man schon noch miteinander, manchmal musst du aber auch einen Vortrag halten, ja, und du redest nur selbst. Wenn man dann schon ein bisschen generell über das Problem gesprochen hat, kommt der nächste Schritt, der dritte, wo ich eigentlich sehr generell über die Lösung spreche. Auch da kann ich ihn langsam mit hochnehmen und immer höher und höher. Und wenn ich dann merke, der hat mitgezogen oder ich das Gefühl habe, ja, bei einem Artikel zum Beispiel, wo ich gar kein Feedback bekomme, jawohl, das ist jetzt genug, dann gehe ich in den konkreten Lösungsansatz und schlage zum Beispiel ein konkretes Konzept vor, einen Weg, aber auch Erfolgsbeispiele, wie es andere schon geschafft haben. Das kommt jetzt wirklich auf die Situation darauf an, ob du jetzt ein Erfolgsbeispiel nimmst oder eine Methode präsentierst oder vielleicht von dir selbst sprichst, wie du es machen würdest, ganz konkret, einfach nur als Beispiel. So gewährleistest du aber auf jeden Fall, dass du dem anderen die Möglichkeit gibst, mit dir schön langsam diese Stimmungsskala mit hinauf zu gehen und sich emotional immer höher, immer höher zu bewegen. Ja, wenn du zum Beispiel ein schwieriges Klientengespräch hast, dann kann es sein, dass du diese Rampe mehrmals starten musst, also mehrmals wiederholen. Aber das Grundprinzip ist immer das, kurz das konkrete Problem, das Negative kurz konkret anzusprechen, um den anderen abzuholen und einfach zu signalisieren, ich habe dich verstanden. Aber dann eben schön langsam durchs Generelle das Ganze aufzuweichen, aufzulockern und wie gesagt in der Energie ein bisschen höher zu kommen bis zur allgemeinen Lösung und dann zu einem konkreten Vorschlag, Beispiel oder was auch immer. Ja, ich hoffe, das hat dir ein wenig geholfen oder vielleicht hast du noch eine andere Idee dazu, schreib mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe!